Ruth Ware. Zero Days. Aus dem Englischen von Susanne Goga-Klinkenberg. Gelesen von Julia Nachtmann. Produktion der Audio Verlag. Samstag, 4. Februar. Minus acht Tage. Die Mauer um das Gelände war ein Kinderspiel. Knapp zwei Meter hoch, aber ohne Metallspitzen oder Stacheldraht obendrauf. Stacheldraht ist meine Nemesis. Er wird nicht ohne Grund in Kriegsgebieten verwendet. Mit meinen 1,70 reichte ich nicht weit genug hinauf, um mich hochzuziehen, also kletterte ich auf einen Baum mit einem stabilen Ast, der über den Parkplatz ragte. Dann ließ ich mich hinunter, bis meine Füße die Mauerkrone berührten und lief leise bis zu einer Stelle, an der ich außer Sichtweite der Überwachungskameras runterspringen konnte. Jenseits des Parkplatzes befand sich der Notausgang, den Gabe beschrieben hatte, und er sah vielversprechend aus. Die übliche halbverglaste Tür mit horizontaler Entriegelungsstange innen. Zufrieden stellte ich fest, dass sie schlecht eingebaut war, mit einem fast handbreiten Spalt an der Unterseite. Ich brauchte knapp 30 Sekunden, um eine flache Metallstange mit Haken darunter zu schieben, hochzuschwingen und in die Entriegelungsstange einzuhängen. Ich zog fest, und die Tür ging auf. Ich hielt die Luft an, wartete auf den Alarm. Notausgänge sind immer riskant. Aber es blieb still. Drinnen ging automatisch das Licht an, große Leuchtstoffquadrate in einer gekachelten Decke, ein Schachbrett, das sich in die Dunkelheit erstreckte. Das Ende des Korridors war stockdunkel. Die Sensoren dort hatten meine Bewegung noch nicht registriert, aber der Bereich, in dem ich mich befand, war taghell. Ich blieb stehen, um mich an das grelle Licht zu gewöhnen. Licht ist immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ein Warnsignal für denjenigen, der die Sicherheitskameras überwacht. Jeder Wachmann schaut sofort von seinem Handy auf, wenn neben ihm plötzlich ein Monitor in weihnachtlichem Glanz erstrahlt. Aber man kann damit durchkommen, wenn man sich ausreichend selbstbewusst bewegt. Schleicht man jedoch mit einer Taschenlampe durch einen unbeleuchteten Gang, ist das deutlich schwieriger zu erklären. Da könnte man ebenso gut ein gestreiftes T-Shirt und einen Sack tragen, auf dem Beute steht. Es war 22.20 Uhr und ich trug meine Bürokleidung. Eine schwarze Hose, die wie das Unterteil eines Hosenanzugs aussah, in Wahrheit aber dehnbarer und atmungsaktiver war. Dazu eine dunkelblaue Bluse und einen schwarzen Standardblazer. An den Füßen hatte ich schwarze Converse-Turnschuhe, ein grauer Rucksack hing über der Schulter. Nur meine Haare stachen hervor. Diesen Monat waren sie leuchtend scharlachrot, ein komplett unnatürlicher Farbton, der nicht zu der leicht spießigen Atmosphäre des Unternehmens passte, einer Versicherungsgesellschaft namens Arden Alliance. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.